Trimax wird in FIFA 23 gebannt, nachdem er 5.000 Euro investiert hat. Na. Hä? Habe ich ja auch noch nie gesehen. Hä, wie geht das denn? Hä? Also normalerweise kommt immer so eine Fehlermeldung, da kommt er gar nicht mehr rein. Oder meint ihr, das liegt daran, weil sich jemand in dem Account eingeloggt hat? Was für eine Fehlermeldung hast du? Ich habe ein Schloss vor meinem Spiel. Ein Schloss vor deinem Spiel? Ja. Der hat zu viele Packs geöffnet. Oh. Was ist das? Oh. Habe ich noch nie. Guck mal, wie macht der will, dieses dreckige Lachen, dieses, habe ich noch nie. Das? Habe ich noch nie. Ein Schloss vor deinem Spiel. Was soll ich machen? Wurdest du gesperrt? Bis jetzt? Du besitzt bereits folgende Produkte, die nichts zu dem... Ich weiß nicht, ob er den Code bei sich eingelöst hat, aber kann ja sein, dass jemand anderes in den anderen Account gegangen ist und diesen als primär aktiviert hat und Max somit rausgeschmissen wurde. Kann gut sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, wenn man ein Schloss vorm Spiel ist, weil der hat es doch gekauft. Wenn, dann wird der ja aus dem Modus gebannt, aber nicht komplett aus dem Spiel. Das geht ja nicht. Ich muss nicht mehr stören. Das ist immer der erste Instinkt, den man macht, die Konsole noch neu starten. Ehrlich, Konsole neu starten bringt immer was. Genau wie PC neu starten. Wenn irgendwas faul ist, immer neu starten. Das bringt immer was. Ja, 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 deswegen. Na ja.